Guten Morgen. Hallo. Ja, wie geht's? Sehr gut. Alles gut. Hey, Amar, Alter. Kann ich dich eine Unterwäsche filmen? Junge, ist das ein Job? Wir waren gerade einkaufen. Wir haben jetzt hier nur die Essentiellen halt geholt. Richtig, genau. Ein paar Essentials einfach zum über die Runden kommen, sag ich mal. Wir haben hier Butter, Saft und ein paar Kaltgetränke. Zum Glück war das Ganze relativ preiswert. Es waren 400... 430 Euro einfach für Bier. Sau stupid. Aber zum Glück sind wir humble geblieben und haben uns dazu entschlossen, zu Hause zu essen. Ja, also wir werden auf jeden Fall unser Frühstück heute selber machen. Gleich gehen wir shoppen. Hier gibt es ein richtig cooles Outlet in die Ecke. Die haben richtig nice Prozente. Ich rede hier auf Humble-Markt. Oh, wir sind so bescheiden und machen unser Frühstück selber und haben gerade Bier für 500 Euro gekauft. Wir gehen gleich da hinten in dieses Outlet. Da gibt es coole Rabatte auf Armani-Hosen. 70 Prozent. Die sind ja wirklich günstig, die Sachen. Das wird richtig geil. Wir werden... Max, Digga, wir gehen gleich shoppen zusammen. Hast du Bock drauf? Ich hab übel Bock. Ich hab total Bock so, dass ich umkleide, dass ich nichts anprobieren kann. Alter, wir werden dich so geil einkleiden. Ich häng dir einfach so ein paar Hemden über den kaputten Arm drüber. Ich würde dich auch so ein bisschen umstyling machen. Für mich denn? Was willst du machen? Ich würde gar nicht bei den Klamotten ansetzen. Ja, sondern bei deinem Gesicht. Ich würde mich auch schon wegrasieren, oder? Ich würde so kühle fühlen, wenn du so super blonde Haare hast. Ja. Und der Bart ist komplett weg, außer der Schnauzer. Das können wir später machen. Rauner Schnauzer, platinblonde Haare. Absolut geil. Jetzt mal ohne Rasierer. Ich fang jetzt erstmal... Ja, nicht jetzt, Bro. Muss ich erstmal... Doch, einmal muss ich mit Bart feiern gehen. Oh, nö. Echt jetzt? Ja, wirklich nicht. Dann machen wir es als Cliffhanger. Ja, dann machen wir es als Cliffhanger. Dann kommt in der nächsten Folge. Genau, in der nächsten Folge. So, und ich mache jetzt eigentlich lecker Porridge für alle. Das wird richtig geil. Magst du Porridge? Nein. Alles klar, perfekt. Perfekt, danke dir. Und wenn ihr so ein quick Rezept haben wollt, und wenn Porridge macht, dann nehmt ihr einfach... Haferflocken? Und dann irgendeine Flüssigkeit. Ist egal. Kann Milch sein. Kann auch Wasser oder P*** sein. Weil im Endeffekt keiner von den Sch***s wickern schmeckt dir jeden Unterschied. Also von daher passt es. Wenn ihr mehr Küchentipps haben wollt, schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Liebe Grüße. Danke, Mann. Ja, ich meine... Also ich glaube, das geht klar. Hey, Maxi, willst du auch was haben? Willst du auch Porridge haben? Sonst gibt's da Nico. Nico, Porridge, komm. Vayamos, compañeros. Chillig. Gehen wir mal den Dachs wecken. Wollen wir mal, was der gerade macht. Vielleicht füllt er sich gerade. Hey, Micky. Micky. Chillig. Schau mal, Bro, du bist doch ein Handwerker, oder? Ich bin ein Handwerker. Wie geht diese Dusche an? Versuch mal, das zu aktivieren. Erstmal ist hier so ein Riesenspalt, okay? Kann nicht mit Leben passt. Ich kann nur das... Mach mal die Dusche an. So, was soll das? Wo hilft mir das? Wie soll ich damit duschen? Und jetzt versuch mal, den Schlauch anzumachen. Ja. Ja. Verstehst du? Ich verstehe es nicht. Es ist absolut schwachsinnig. Man kann nichts machen. Ich habe sowas noch nie gesehen in meinem Leben. Da musst du auch einen Knopf geben, oder? Guck mal, warum ist da überhaupt so ein Anschluss dran? Das macht gar keinen Sinn. Das ist für eine Badewanne. Dann gehe ich bei dir duschen, komm. Wir gehen jetzt für dich einkaufen, Max. Du zahlst, ne? Was? Jeder Laden hier hat einen Mindestverzehrverkaufswert von 4.000 Euro, Alter. Wenn ich hier jetzt das bezahle, bin ich pleite. Ja. We gotta go, man. Oh, das ist Nico. Hey, das ist eine sehr coole Tasche, Mann. Kommt die bald? Ich, äh... Stehen dir übertrieben, Bro. Das ist richtig gut, Mann. Ja? Vielleicht kannst du den noch ein bisschen nach vorne ziehen. Ja, aber da wird's eng. Da wird's eng. So ist chillig, Digga. Da wird's sehr eng. Das ist echt nice, ja. Aber da passt er. Ja. Mit kleinen Fingern passt er. Hey, du siehst aus wie ein Bauarbeiter. Und du bräuchst jetzt einen Apfel, Mann. Und den trägst du ganz normal an deinem Hals. Denkst du so für den Hals? Ja, einen sehr dünnen Hals. Digga, dir hängt das bis hier, das Ding. Nein, nicht bis hier. Bro, ich habe auch gestern dieses Ding auf meinen Kopf bekommen. Wieso filmt ihr mir jetzt alles? Was ich... ...die fähren kannst. Was geil ist, wir haben hier so einen Wagen mit dem Fahrer, der uns überall einfach hinbringt. Bro, das passt nicht. Ja? Wieso habe ich mich neben dich gesetzt? Du hast da noch voll viel Platz. Ja, aber das sind so Sütze. Du sitzt hier auf dem Ansteller drauf. Ich kann nur hier sitzen. Also muss ich jetzt zwei Minuten so sitzen. So, wir gehen jetzt schlocken. Die Auswahl der Läden gestaltet sich auf jeden Fall schon mal interessant. Max. Hey, wo ist Max? What the f***? Junge, seh ich dich drauf, Bro. Seh ich dich absolut mit. Ich schmeiß dich mal kurz um. Ich schaue dir direkt privat und so am Ende, Alter. Hey, Bro, Armand, noch mal vielen Dank für die Einladung. Und auch hierhin, ne? Und jetzt auch danke mit der Uhr, mit der Geschichte. Welche Uhr? Bis 10.000, darf ich, Bro? Ich finde das überkorrekt. Was für eine Uhr, Bro? Bro, ich liebe das mit mir. Ey, Digga, was für eine Uhr, Bro? Guck mal, du bist einer von den Leuten, weißt du, die machen viel Geld, aber die teilen auch, verstehst du? Ich mache kein Geld. Das fühle ich sehr bei dir. Sehr gerne, aber ey, was für eine Uhr, Bro? Eine Rolex ist keine Rolex, sage ich immer, oder? Ey, dann kauf dir eine. Ey, komm, danke dir für die Einladung, Bro. Kaufst du dir eine? Danke für die Einladung. Kuss, danke dir. Also, man kann ja sagen, was man will, das Hemd ist wirklich sau-fresh, so, sieht übergeil aus, auch mit dem Buckethead, Teddycat, das fühle ich auch sehr. Ey, es ist nur eure vier, also es ist nur unsere vierfache Monatsmiete für die Wohnung, das Hemd. Ist aber entspannt eigentlich, oder? Wie stehst du zum Investieren im Hemd, Bro? Also, man gibt, oh, das Hemd auch, Alter. Ja? Der hat damit das Freifahrer schon gemacht, ne? Ja. Ja, okay. Ey, Max, wir haben so ein geiles Hemd gefunden gerade. 1700 Euro. 1700, ne, 1900 Euro für ein Hemd. Scheiße. War viel zu günstig, haben wir nicht genommen. Das sind Ladens... Alter, lass... Dürfen wir nicht, wahrscheinlich los. Okay. Vibrikan heißt der. Vibrikan? Ja. Und du bist hier... Alter, ich hätte nie mehr auf Drymax mir einen Laden gezeigt, Bro. Alter, hier sind Fahnen. What the f***, man? Wow, wisst ihr, was das für Gesinn? Fahnen. Das sind Kranikos. Das sind Flamanquist, genau. Yo, what the f***, man? Hey, Sascha, komm mal schnell. Komm mal mit mir, komm mal mit mir, komm mal mit mir schnell. Das ist f***'n Domo, man. Alter. Holy s***, Bro. Das ist ja wirklich, Mann. Der hat Urlaub genommen von Kranik, wa? Ich verstehe es, Mann. Ich kann es nachvollziehen. Sehen die Leute, ne? Sehr nice. Weil der Mar gerade gefragt hat, hey, folgt auf jeden Fall mal Amar auf Instagram. Er ist kurz vor einem Einstein. Und es wird mich echt freuen, wenn der mal reinfolgt. Und bald gibt es Amars Hochzeit, die wird gestreamt. Mega nice, Bro. Ich stelle, ich danke dir. Folgt Valar, danke schön. Hey, Kuss, Bro. Mykonasi. Wir haben uns jetzt zur Strandpromenade begeben. Und werden uns hier nun den ein oder anderen überteuerten Luxusartikel kaufen. Ey, Digga, das ist überschön hier einfach. Holy s***, Mann. Was willst du denn? Was sagen? Wir haben einen Auftrag bekommen. Wir haben eine Side-Quest. Side-Quest. Wir haben, wir wollen Umstyling für mich und Micky machen. Eine Freundin schreibt, bring mir mal ein Geschenkwirt und geh für mich shoppen. Lach, smiley, herz. Für deine Freundin. Oh, Digga, das ist Big Pork. Da musst du mich jetzt brutal beraten. Okay, pass auf. Mentos, magst du Mentos? Okay. Warum könnte ich einen Mentos kaufen? Swarovski, da vorne war Swarovski. Da freut sich. Nee, ich wäre so ein Top einfach. So ein Top für was weiß ich wie ein Euro. Alles klar. Okay, lass, lass, lass. Wie viel? Ein Euro? Neun. Achso. Wir haben uns hier so Flaki geholt. Mir kommt ein veganes. Micky hat das gleiche wie ich. Bro, das ist ja anders krank, oder? Digga, das ist gebratene Feta-Käse mit Pommes, Soße, Tzatziki, Gemüse. Junge, Junge, du siehst einfach so geil aus. Wie vom Ballermann, finde ich. Du siehst einfach aus wie ein geiler Ballermann. Ich habe eine Schlinge. Ich sehe nicht aus wie vom Ballermann. Na, wie so ein Schling-Typ vom Ballermann. Okay. Okay. Bro, ganz ehrlich, willst du mal anprobieren? Ich fände das so cool. F***, finally got something. Ja, das ist nice. Sehr chillig. Was sagst du? Ja, okay. Das ist mein Pernit-Septory. Was sagst du, Bro? Hey, 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 hey. Hey. Bitte zieh dich jetzt nicht aus. Kann ich jetzt rausgehen? Oh nein. Okay, das wird auf jeden Fall meins. Max, wir müssen für dich noch was finden, Bro. Ja, dann mach mal. Du willst aber unbedingt ein Hemd haben, oder? Bro, ich finde das sehr, sehr nice. No joke. Nicht ganz zu knifeln. Lass es auf. Lass es auf. Ja, eigentlich... Nö, ich würde es sogar lassen. Bro, du siehst... Ja, sehe ich mal rum? Ja, verkochst du gar nicht, doch. Ich finde es nicht schlecht, Bro. Ich mag es. Es ist nicht schlecht. Aber es ist nicht perfekt. Schau mal, versuch das hier mal. Ich finde es dope. Ich finde es cool. Okay. Ja, ich finde das richtig cool an dir, Mann. Da steht dir richtig gut. No joke. Hier stehen alle Hemden sehr gut. Können wir da haben, richtig geil. Du hast so das typische L-Körper. Du hast einfach einen L-Körper. Ja, ich bin ein richtiger Lauch. Ja. Ich wollte so ein paar Brusthaare, aber die habe ich heute wegrasiert. Schade. Sehr weiß, meine Brust. Aber das sieht auch cool mit den Ketten aus. Dankeschön. Komm noch mal mit hier vorne hin. Schau mal, wie wir aussehen. We're looking hot, my man. Ich zieh die Kamera gar nicht. Der Schwiebel ist viel zu tief. Ja, Mann. Sehr, sehr nice. Ja, wir sind cool auch. I like. Good choice, man. Sauerer Choice. Alter. 190 Euro. Oder 169 sogar, ne? Geht voll klar. Sieht auch vielleicht die Armschlinge besser aus, ne? Es passt auch. Vor allem farblich einfach, Digga. Komplette Typenveränderung. Jetzt noch andere Schlappen, Bro, und du bist ready to go. Vielleicht noch andere Schlappen, oder? Vielleicht. Ja, doch. Vielleicht. Aber sonst? Und so morgen auf die Yacht. Bro, so seh ich dich. Ja, Mann. Zieh mir die Tasche noch dazu an. Bro, du bist einfach Yachtmaster. Absolut wild. Mickey hat hier sein Pau Mané vergessen. Und der Typ ist hier rumgelaufen, hat uns gesucht einfach. Und alles war noch da. Was für ein Ärmer. No joke. Das war so krank lecker. Kann man sich auf jeden Fall nur reinziehen. Wir sind jetzt hier. Und wir sind jetzt hier. Genießt du's bis jetzt? Ja, sehr. Das ist echt toll hier, oder? Hast du ihn schon gesehen? Ja. So macht mit Salz. Ja. Und bist du beeindruckt, wie es gemacht wird? Also ich glaube, wir sind nicht fürs Meme hier. Wir sind hier fürs Essen. Ich bin hier fürs Meme. Das geht mir nur ums Meme. Ey, ohne Witz, bestell den mal, wenn er unsere Hauptspeise bringt, bitte. Dass er das macht. Ich will, dass der auf mein Essen scheißt. Bestell ihn mal bitte, Revi. Okay. Das geht mir. Untertitelung des ZDF, 2020